Ich habe jetzt eine Funktion, dass möglicher Spam oder schlechte Nachrichten oder sowas erstmal zur Prüfung. Ja, aber das war ja... Das war ja nun wirklich nicht. Und du meckert. Ein neues Rezept. Und wir müssen wieder das ändern. Coddled Eggs mit Triffelbutter. Und du musst das wieder ändern. Und ich muss das wieder ändern. Ich ändere das. Ich bin der Enderman. Ähm, okay. Das war ziemlich beeindruckend. So, sprechen Sie jetzt mit uns? Ich würde nämlich gerne erfahren, was Sie von der Vorführung heute gemacht haben. Hm, gut. Alles klar. Ich war natürlich hier drin und habe überprüft, ob alle meine Geräte auch einwandfrei funktionieren. Sie waren also auch... Sie waren es also auch, der den Film abgespielt hat? Ja, ich war ziemlich schockiert, als auf der letzten Rolle plötzlich eine Szene übersprungen wurde. Oh, sie wurde übersprungen. Ich weiß nicht. Und haben Sie eine Ahnung, wer die Sie trotzdem gestohlen haben könnte? Hm, nein, ja. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich meine, es ist eigentlich egal. Es ist doch nur ein Film um Himmels Willen. Ja, da Sie es schon ansprechen, Mr. Rawlings. Obwohl Sie in einem Kino arbeiten, scheinen Sie Filme nicht besonders zu mögen. Kann man das so sagen? Nein, ja. Ähm, natürlich. Ich liebe eher die Geräte. Albertina und Rosalinda sind mir tausendmal lieber als irgend so ein blöder Film. Außer er handelt von... Es ist eine Dokumentation... Rosalinda, Rosalinda und Albertina. Ja, am Ende mit einer Kuss-Szene. Bip. And now kiss! Wahrscheinlich hat der Vogel so viel Hunger, dass er einfach die Filmrolle angeknabbert hat. Was? Wahrscheinlich hat der Vogel so viel Hunger, dass er einfach die Filmrolle angeknabbert hat. Boah. Das ist... Das könnte sein! Ja, eben. Das wette ich auch. Ja! Oh, Mann. Äh... Oh, das erinnert mich daran, dass ich Belinda noch sauber machen muss. Man kann ja seine Ersatzausrüstung nicht einstauben lassen, nur weil man sie gerade nicht benutzt. Er sollte denen keine Mädchennamen geben, wenn er sowas sagt. Auch nicht Jungs! Was? Er sollte generell keine Namen denen geben, wenn er sowas sagt, oder? Dieser Knecht scheint seine... Äh, achso. Dieser Knecht scheint seine Geräte ja echt zu lieben. So ein Knecht. Hey! Warte. Hey. Und jetzt sag nicht, du warst schneller. Ich war schneller. Ich hab das genau... Du hast auch einmal geschummelt. Was? Ich hab nicht... Das ist kein Schummeln. Wir haben beide nicht geschummelt. Fertig. Okay. Filmvorführer Seymour Rowlands. They see more rowlands. Ey, heißt der jetzt wirklich Seymour Rowlands? Wegen... Nein, nein. Wegen dieses Songs? Bitte nicht. They see more rowlands. They hatens. Oh, da gibt's so ein richtig geiles Video zu Mario Kart 8. Weil da kann man ja diese... Äh, ähm... Wie nennt man das? Wenn man nach dem Rennen das sich nochmal anguckt. Und das kann man ja auch in Zeitlupe machen und so. Das ist... Da haben ein paar was echt Lustiges draus gebastelt. Vor allem, weil Luigi ja da so echt böse manchmal guckt. Naja, wie auch immer. Ähm... Geräte einen Namen, aber kaum Interesse an Filmen. Mhm, 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 mhm. Also dementsprechend würde er einen Film auch nicht kontrollieren wollen. So, unbedingt, vielleicht. Oder wer weiß. Eigentlich, wenn's zu seinem Job gehört, die Filme vor dem Ganzen nochmal zu kontrollieren, dann muss er das machen. So, mhm. Hm. Ich glaube, damit sind unsere Ermittlungen im Vorführraum abgeschlossen. Und abgesehen von verschiedenen, äh, maschinenversessenen Seymour Rowlands und seinem Beo gibt es hier nichts Ungewöhnliches. Hm. Hm. Sie isst doch gerade gar nichts. Sie hat doch nicht ihr Popcorn. Aber ich hör dich... Äh, kauen. Ich glaube, ich ess meinen gleich auf... Rumm. Meine Güte, du wirkst richtig in Gedanken versunken, Miss. Strengst du gerade deine... Kleingrauen Fällen an? Wie Inspektor Hastings es nennt? Ich hab's. Ich weiß genau, wo wir jetzt nützen müssen. Zum Popcorn! Ja. Oh, den Hau rein, zweifelt es die Bude mit den Snacks. Im Ernst? Ja, und ich hoffe, dass uns da kein Scheiß-Hütze erwartet. Ich hoffe, wir müssen's nicht machen. Ich weigere mich nämlich, ohne mein Gratis-Popcorn zu gehen. Ja. Im Geiste hab ich schon vor Augen, wie dir die kleinen Maiskörner in der Birne poppen. Äh... 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 Warum... Warum denkst du denn sowas? Bei dem Wort poppen. Äh... Nee, das denk ich gar nicht. Was denkst du dann? Ich denk wie... Maiskörner in ihrem Gehirn poppen. Ja, eben. Aufpoppen. So... Pff... Machen. Ja. Ja. Nicht das. Ja, ich wüsste auch nicht... Obwohl... Ich war immer von mir gedacht. Oh, oh, bitte. Falls irgendjemand da ist, der zeichnen kann. Ich möchte gerne ein Bild von poppenden Maiskörnern. Das würde ich dann auch im nächsten Stream ausstellen. Doch, wirklich. Okay, ähm... Miss, wir müssen uns auf jeden Fall konzentrieren. Und auf den Fall erstmal... Der Kopf der großen Detekteileiten mit all ihrer stolzen Geschichte und ihrer langen Tradition darf sich von solchen, äh... Dingen wie Popcorn nicht einfach ablenken lassen. Welche Geschichte und welche Tradition denn? Kett hat die Detekteile doch gerade erst gegründet, aber schon zwei Fälle gelöst. Ja, schon. Aber sie wird in Zukunft eine stolze Geschichte und eine lange Tradition haben. Solange wir uns mal, äh, nur mal das Popcorn aus dem Kopf schlagen. Und mit dir meine ich Kettuell. Ja. In einer ganz fernen Zukunft. Oder a long, long time ago. In a... Äh... In a galaxy... In a galaxy far, far away. Far. Äh... Und beim aktuellen Stand haben wir gar keine Spuren. Stimmt gar nicht, wir haben zwei Hinweise. Ich glaube, wir sollten uns einen anderen Teil des Kinos anschauen. Der Knabe liegt vollkommen richtig. Erst das Schnüffeln, dann die Snacks. Na los! Tja, wenn die beiden nicht mitkommen würden, dann gehe ich hier mal alleine. Boah! Ach, wie ein Hund, der hinter dem Knochen her ist. Apropos Knochen. Ähm... Wenden wir uns wieder dem Fall zu. Wahrscheinlich gibt es hier auch irgendwo einen Filmeditor. Oder nicht? Oh ja, Sony Vegas oder Camtasia würde ich empfehlen. Oder... Ne, Magix nicht, kenne ich nicht. Ist das jetzt Schleichwerbung? Nein. Gut. Wir sollten schauen, ob wir ihn befragen können. Oder sie. Ein guter Gedanke, Nadelstreifenverlauf, zack. Also, wie finden wir diesen Cutter? Kutter. Kutter? Du willst, dass wir auf einem Schiff suchen? Der heißt Cutter. Ehrlich. Ach so. Wegen dem Wort Cut. Ja, aber ich dachte, es gibt es nicht auch irgendwie so ein... Es gibt das Wort Cutter, das wird aber mit K geschrieben. Gibt es aber nicht so ein Sprichwort nach dem Motto? Wollen wir den Cutter oder so? Das weiß ich nicht, kenne ich nicht. Tut mir leid. Aber wenn ja, dann... Ja, 16 zu 15 für dich. Ja! Warum auch immer. Also, 16 zu 14 nach der offiziellen... Ja. Und... Und 16 zu 15 nach... Äh... Unserer jetzt festgelegten... Ja! Schau mich nicht so böse an! Ich schaue das nicht böse an. Ich schaue gar kein böse an. Ich weiß. Aber man sieht es halt nicht in der Kamera. Deswegen kann ich sagen, dass du es tust. Das sieht man jetzt wieder, also. Gut, machen wir weiter. Ähm... Nun, ich schätze, wir könnten Mr. Rowlands fragen. Ich hab keinen Bock, euch zu antworten. Entschuldigen Sie, Mr. Rowlands. Wir würden gerne mit jemandem sprechen, der für den Schnitt des Premierenfilms zuständig war. Boah! Äh... Sie meinen... Sie meinen Film-Cutter? Film-Cutter! Film-Cutter! Ja, eben. Das ist traurig. Oh, ich hab dir das gar nicht... Alles in Kutter? Nee, alles in Butter kenne ich. Ja. Ich hab... Ah, stimmt. Ich hab dir das noch gar nicht erzählt. Ich hab jetzt einen neuen Cousin. Du hast einen neuen Cousin? Ja! Mein Onkel hat ein neues Kind. Der hat ein Kind gekriegt? Ja. Mensch, das wusste ich gar nicht. Und der heißt Phil. Heißt der auch irgendwas mit M als Zweitname? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall... Und der heißt nicht mit Nachnamen Cutter, das wäre ein bisschen komisch. Also sein Bruder ist der York? Alles Buddha auf dem Kutter kenne ich als Sprichwort. Ach, stimmt. Das sind... Alles in Butter auf dem Kutter oder... Ja. Alles in Butter, ja. Jo, äh... Nee, wie war das? Ja, äh... Also York hat und jetzt hat er keinen Bruder namen. Das ist Phil. York. Ja. Ich weiß... Ich weiß warum... Äh... Phil. Wegen Philadelphia. Dem Ort in Amerika. Ja. Deswegen... Und deswegen... New York und Philadelphia. Und wie heißt dann der nächste? Diego? Ich hoffe, dieses Mal wird es ein Mädchen. Dann wird es wahrscheinlich eine Franziska. Guck ich mal. San Franziska. Ja, ja. Nee, achso. Ah, nee. Nee, Moment. Eigentlich müsste es wieder ein Junge werden und dann wird er Franzisko, denn dann ist er der Sohn Franzisko. Also San... San Francisco. Okay. Sollen einfach aufhören, Kinder zu kriegen. Ihhh, Kinder. Genau, steht schon da. Ja, okay. Er ist der Schnitttechniker. Rektor ist berühmter Schnitttechniker. Ja, er ist einer der erfahrensten Mitglieder... Äh, eines der erfahrensten Mitglieder von Rektors Crew. Er war heute wegen der Vorführung hier. Und da es die Aufgabe des Filmeditors ist, den Film zu editieren und zusammenzufügen und zu schneiden und so weiter, sollten wir wohl auf jeden Fall mit ihm sprechen. Er könnte etwas über die verschwundene Kussszene wissen. Oh, hier aus dem Chat. Mh, Kinder. Lecker. Ja, doch. Äh, Kinder Country ist ja leider bei uns schon leer. Du hast das letzte gegessen. Aber ich hab dir auch nur eins übrig gelassen. Und weil du mich damit abgeworfen hast. Ich hab dich nicht... Ich hab... Das ist neben dir gelandet. Ich hab's nur zu dir rübergebrochen. So knapp vorbei. So knapp... Oh, knapp vorbei. So knapp vorbei. So knapp vorbei. Gut, dass du's nochmal in die Kamera gezeigt hast. Oh, knapp vorbei. Sonst hätte ich das gemacht. So knapp vorbei. Nein. Okay, weiter. Ich glaube, wir sollten uns mal auf das Spiel konzentrieren und nicht auf Popcorn oder Kinder. Ja, los. Country. Wo können wir ihn denn finden? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wohin er nach der Vorführung verschwunden ist. Vielleicht ist er immer noch im Kino. Ziehen wir los und fragen wir herum, ob ihn jemand gesehen hat, Miss. Ja, hauen sie hier ab. Na gut. Sobald ich mein Popcorn habe, machen wir uns auf die Jagd nach in der Karte. Gib auf, Kat! Niemals! Ich will meine Schokolade! Ich will meine Schokolade! Was? Ich will lieber keinen Mann! Kennst du das Lied nicht? Das geht anders, aber... Nein. Eigentlich, ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. So geht das Lied. Das ist alt. Sehr alt. Schlager! Nee, ich glaube, es war eher so Neue Deutsche Welle, glaube ich, oder sowas. Also nicht ganz Schlager. Okay. Ach, vielleicht ist es langfristig gesehen schneller, wenn wir einfach zur Bude gehen und diese Sache aus dem Weg schaffen. Na schön, Miss. Du hast gewonnen. Jetzt gehen wir erstmal zur Bude. Popcorn! Übrigens, wir müssen ja das Rätsel noch lösen, ne? Nein. Doch. Das Rätsel an der Popcornbude. Müssen wir? Ja, wir sollten mal. Und dafür gibt es übrigens keine Punkte. Weil... Also jetzt erstmal keine mehr, oder? Auf welches bezog sich denn das mit dem? Krieg ich dann eins für die Maus? Nö. Waaah? Wieso? Weil... Ich hab's schneller eingetippt. Was, Maus? Ja. Konntest du gar nicht, da waren nur drei Felder. Ja. Aber wo du die Tabelle aufmacht hattest, ist es schneller als du. Ja, ich wusste es ja vorher schon. Ich wusste Maus. Ja, und du hast dann auch nur noch den Katakana gesucht. Äh, ist ja auch egal. Ja, trotzdem. Ähm. Es sind schon ein, zwei Leute hier, aber die allermeisten sind schon gegangen. Was ist jetzt auch Rekan? Es ist der Pocker. Das muss ich nur noch den Gutschein, den mir Organos gegeben hat, einen der Angestellten geben. Da gehört die Durian Delikatesse mir. Besessen. Du bist besessen. Ja, Frau Doppelpunkt sitzt auf dir. Du bist verfressen. Also gehen wir da nochmal ran und lösen's, damit wir jetzt ein Rätsel-Dings haben. Oben auf dem, ja, ja, stimmt. Also, ich hab übrigens bei mir das abgeändert, aber bei dir noch nicht. Also, das heißt, du musst Kaffee eingeben und ich muss Koffee eingeben. Okay. Wir können das gleich mal zeigen. Also, sie hat noch die alte Version. Du mit K und A und ich mit C und O. Das Rätsel ergibt halt so keinen Sinn. Ja. Siehste? Ja. Ah, warte mal, du, du, ich muss Kaffee eingeben. Huch. Hä, du musst Koffee eingeben, oder? Nee, du hattest grad Koffee, oder? Nee, ich hatte Kaffee. Du hattest Kaffee? Ich hab Kaffee. Achso, ich muss Koffee, ja, stimmt. Koffee ist ja nämlich die eigentliche, richtige... Ja, du hast es doch eben gesagt, dass du Koffee eingeben musst und nicht Kaffee. Stimmt, weil deine ist die in fälschlicher Weise übersetzte Version und meine ist die Originalversion, weil ich's dann geändert hab. Aber ich hab das mit den japanischen nicht hinbekommen, also Maus können wir immer noch nicht lösen. Okay. Alter. Und ich wache mal. Wenn man kurz auf meine Idee hören könnte. Nö. Nein, echt nicht. Keiner will deine Ideen. Ja, von Trude Herr ist das Lied. Keine Schokolade. Ja, wir werden die beiden einfach nicht. Ja. Und wir machen dann... Ah, übrigens, falls wir dann auf andere Rätsel stoßen, müssen wir die ja noch machen, wenn... Also, ich werd mal, wenn in zwei, drei Wochen das Spiel endlich richtig da ist. Ja, ja, dann werden wir das wiederholen. Jo, und dann werd ich auch Rätsel überspringen, die auf einmal anders sind. Ja, ja. Außer, sie gehören zur Story, dann kann man nix machen. Ja. Aber wenn ich eins sehe, wenn ich eins sehe, was wir nicht hatten, dann brech ich das sofort ab und dann können wir das im Nachhinein machen. Alles klar. Okay. Okay. Hoch die Tassen, auf dem Schild steht Koffi, da steht es sogar Koffi. Du musst die Buchstaben verdoppeln und dann den Teil des ersten Buchstabens... Das wussten wir. Ja, eben. Und ich hatte es eigentlich sogar vor dir. Och. Aber wir werden es ja nicht.